ja was brummt denn da noch im hintergrund ich weiß es auch nicht wir schauen uns jetzt mal zwei beispiel zimmer an vom hotel gemachel vom genussdorf ressort und was weiß ich was das ding noch für weitere namen hat im anhang und zwar einmal das familienzimmer und dann noch mal ein normales doppelzimmer viel speis viel speisen speis und trank nein viel spaß beim video und bitte vergesst mich nicht zu liken und womöglich auch zu abonnieren ja wenn ihr irgendwelche fragen haben sollte zu den zimmern und ich die beantworten kann dann schreibt es mir einfach in die kommentare und ich melde mich dann garantiert so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020